Hallo und willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo von mir. Heute gibt es hier diese Pyrotechnik-Fontäne, mit T1-Kategorie natürlich, von Blackbox. Die heißt einfach nur so. Ja, und 3 Meter Steighöhe, also das ist wirklich ein Vulkan, der in Mühnenfeuerwerk eingestuft ist, T1. Und dann auch hier noch so eine Brenndauer, plus minus 15 Sekunden, ist ziemlich ungenau. Und das ist einfach nur ein Silbervulkan mit blauer Leuchtbasis, aber hat eine T1-Zulassung mit 40 Gramm. Feuerkegel number one. Na gut, dann geht's los mit dem Test. Viel Spaß. So, jetzt noch von Blackbox den 3 Meter angeblichen T1-Vulkan in T1 eingestuft, das bin ich mal gespannt. So, jetzt geht's los mit dem Test. Boah, das war unglaublich toll, ey. Okay, richtig toll, also das kann man empfehlen. Das ist ganzjährig, ab 18 Jahren. Und dann, äh, ja, also der Sound und alles. Genial. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Dann tschüss. Dann tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020